Das ist der beste RP-Glitch zur Zeit und das Beste, es ist DOLO! Um vor dem Video anfangen, würde ich jetzt schon mal zu mitten einen fetten Like das Video dazulassen und teilt das Video euren Freunden, bevor dieser Glitch nicht mehr existiert. Aber ich würde sagen, fangt euch mal direkt an. Was braucht ihr für diesen Glitch? Nichts braucht ihr, das ist das Geile! Ihr müsst einfach in irgendeiner scheiß GTA Online-Sitzung sein. Seit jetzt in der GTA Online-Sitzung müssen wir versuchen namens Biote-Pflanze. Hier habt ihr eine Karte, es gibt insgesamt 76 Stück. Keine Sorge, ihr braucht nicht alle 76, wir machen das sehr effizient. Denn ihr sucht euch jetzt eine Umgebung aus, wo unglaublich viele nah beieinander sind. Im Allemfall macht ihr das hier in der Innenstadt. Ich habe praktisch so einen Kreis ausgesucht, wo ich 6 Stück abfarmen werde. Oh, Biote-Pflanze kriegt hier 5000 RP! Das bedeutet, ihr kriegt in unter einer Minute 5000 RP und das ist richtig viel, Leute. Und das macht ihr dann auch einfach. Sprich, ihr fahrt jetzt zur Biote-Pflanze, ist die, dann seid ihr ja zum Tier verwandelt worden. Um das jetzt ganz schnell wieder loszuwerden, geht einfach Optionen, Online-Jobs, Job 4 und Korrocks erstellt, Missionen und startet irgendeinen Job. In meinem Fall Job für einen Titan. Und geht aus dem Job-Menü einfach wieder raus. Denn dadurch spawnt ihr wieder als Charakter direkt an der Stelle und könnt direkt zur nächsten Pflanze um die nächsten 5000 RP abfahren. Und ja, das geht wirklich. Und was ist, wenn ihr jetzt eure Route beendet habt? Naja, ganz einfach, Leute. Ihr wechselt kurz mal ein Auftritt, damit das wirklich auch gespeichert ist. Und startet einfach GTA neu und macht es von vorne. Und ja, Leute, das ist wirklich so einfach. Das ist unglaublich krass. Deswegen macht diesen Glitch, bevor es gepatcht ist.